Hallo, meine liebe Top-Familie, ja, ich melde mich meinem Zoo auf diesem Weg aus besonderem Grund. Ihr habt, denke ich, diese Woche gemerkt, dass abgesehen von Spielabendvideos und vom EM-Tippspiel, danke auf jeden Fall dafür die Resonanz, keine Videos kamen. Weder Reactions, noch Peelsmeet-Koch-Reaktionen, irgendwelche anderen Unterhaltungsvideos. Der Grund ist vor allem, ja, ich kann bei diesem Wetter echt nicht gut atmen. Und ich bin kaum, wirklich kaum zu irgendwas fähig, sei es beim Aufnehmen oder so. Ich weiß nicht, ob man es hört, es ist jetzt gerade für mich Mitternacht an diesen Tagen, also es ist jetzt gerade kurz vor Mitternacht, wenn man es genau nehmen will, am 18. Juni. Das heißt, dann wisst ihr auch, wann ich hier gerade das Video aufnehme. Weil abends ist es am erträglichsten. Aber ich kann halt nicht abends, dann drei Stunden nachts, wo die Luft auch nachts natürlich nicht angenehm ist, stundenlang Videos aufnehmen, obwohl ich es gerne für euch machen würde. Aber ich kann es nicht. Ich kann schlecht atmen, wenn ich draußen bin, hier in der Wohnung. Ich sag mal, da ist es irgendwie erträglich. Durch den Kühler, den wir haben, dadurch, dass ich halt wirklich gefühlt 15, 20 Mal wirklich kaltes, mich mit kaltem Wasser irgendwie abkühle. Ich bin eher so eine Heizung. Ich mag keine warmen Temperaturen. Ihr müsst euch das bei mir so vorstellen. Ich habe wirklich immer eine sehr warme Körpertemperatur. und ist Herbst, Winter und die Temperaturen sind kalt. Ist mir nicht kalt, dadurch, dass ich in dem Sinne ein warmes Polster habe. Wirklich. Arme, Beine, Rücken, Bauch. Bei mir ist alles warm. So. Und auch im Frühling. Alles in Ordnung. Aber trifft Wärme auf Wärme, wie es im Sommer ist. Überhitze ich. Und dann brauche ich Abkühlung. Und das ist halt wirklich so unerträglich. Deswegen zeige ich mich hier auch gerade nicht mit Facecam. Und ihr hört mich nur. Ich sitze hier. Nur. Für mich. In kurzer Hose. Ich hatte zwar schon Videos oben. Oben ohne klingt auch lustig. Aber. In dem Sinne oberkörperfrei auch schon aufgenommen. Und dann ist es mit Handtuch drüber. Ähm. Aber das wollte ich jetzt nicht. Und wollte mich deswegen nur so auf diesem Wege melden. Also. Ähm. EM-Tippspiel. Wird kommen. Auch. Achtelfinale. Viertelfinale. Das kriege ich noch hin. Ähm. Ich habe ein Video. Äh. Was heißt ein Video. Ich habe ein neues Format. Ähm. Mit Oliver angefangen. Ich versuche es auch zu schneiden. Dass das vielleicht schon nächste Woche. Für euch kommt. Äh. Das heißt. Ich habe nur Videos. Mit. Jetzt passt auf. Mit Uwe. In Planung. Mit der EM. Mit Oliver. Ein Fußballformat. Ähm. Könnt ihr euch trotzdem drauf freuen. Wir müssen dafür auch noch aufnehmen. Kann ich euch sagen. Und das werden wir irgendwie hinkriegen. Ich weiß nur nicht an welchen Tagen. Aber das werde ich mit Oliver regeln. Und tatsächlich gab es vor kurzem auch nochmal einen Spieleabend. Das heißt. Da kann ich auch nochmal einiges zusammenschneiden. Bedeutet. Es kommt Input. Aber nicht viel. Ich fühle mich nicht imstande. Andere Videos aufzunehmen. Sprich. Stundenlang am PC. Ich bin kaum am PC. Bin dann abends. Wie jetzt. Um für euch eben hier dieses. Ja. Diese Art Infovideo aufzunehmen. Und eben passend zum Thema. Deswegen habe ich auch dieses Bild hier gewählt. Mit der Sonne. Symbolisch. Symbolisch. Dafür. Dass ich Sommer nicht abkann. Und das obwohl ich Sommerkind bin. Also schreibt mal gerne in die Kommentare. Seid ihr Sommerkinder? Und könnt ihr dieses warme Wetter ab? Ich nicht. Also bin ich ehrlich. Ich mag den Sommer nicht. Ich mag den Sommer wirklich nicht. Und ich glaube da bin ich gefühlt in einer Minderheit. Und gehöre zu den wenigen Prozenten. Zu den Menschen der ganzen Welt. Der den Sommer nicht mag. Sind es so 20 Grad? Sag ich, ist es in Ordnung. Ab 24, 25 gehe ich ein. Und das ist wirklich ungelogen so. Ich liebe Regen. Ich liebe Regen und dann so ein bisschen Wind. Schönes Wetter. Schönes Wetter. Da kann ich Sport machen. Ist ungelogen so. Also da mache ich hier gerne in der Wohnung Sport. Aber nicht zu solchen Temperaturen. Also deswegen. Da wisst ihr jetzt, also welche Formate kommen. Was noch kommt. Ich kann nicht sagen, wann andere Videos kommen. Kann ich nicht. Wann Reaktionen kommen. Ich will ja eigentlich auch auf Villa der Liebe bald reagieren. Und ich kann euch nicht sagen, wann diese Reaktionen kommen. Weil ich eine leeren Versprechung machen will. Und ich euch einfach nur sagen kann. Und ich kann euch einfach nur sagen, unterstützt die Videos, die kommen. Vielleicht spricht es euch an. Wenn nicht, dann schaut euch andere Formate auf meinem Kanal an. Vielleicht spricht euch da irgendwas an. Geht mal durch die Playlist. Da gibt es einige lustige Formate. Schaut euch nochmal Videos an. Die ihr vielleicht gerne von mir mögt. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Was sind eure Lieblingsvideos bei mir? Wäre auch mal interessant zu wissen. Natürlich weiß ich, welche Videos am meisten geklickt und angeschaut wurden auf meinem Kanal. Das sehe ich anhand der Zahlen. Aber mich würde mal einfach interessieren, was ist euer Lieblingsvideo auf meinem Kanal? Nun denn, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen trotzdem. Auch wenn ihr mich jetzt nicht seht. Ihr wollt mich nicht sehen. Also ich schwitze. Ich finde gerade keinen lustigen Vergleich. Vielleicht findet ihr einen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Oder so ein bisschen Interaktion mit euch in den Kommentaren. Von daher. Schauen wir gerne, wie es euch geht. Wie es euch bei dem Wetter geht insgesamt. Und ja. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wochenende. Eine schöne Zeit im Sommer. Genießt sie für euch. Ich werde es auf meine Art genießen. Nämlich mit sehr viel Kälte. Ich dusche kalt. Möchte ich auch noch mal hier ganz kurz betonen. Also wirklich eiskalt. Ich kann nicht laufarm oder so duschen. Ich brauche Kälte. Jedenfalls. Ja. Ich glaube, da ist jetzt dahin geht genug gesagt. Ich möchte das Video jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Von daher. Freude euch auf, dass was kommt. Und unterstütze es gerne. Würde ich mich drüber freuen. Ich versuche das jetzt so übers Wochenende vielleicht am... So dann am... Den Abendenden ein bisschen zu schneiden. Vielleicht auch ein bisschen davor. Wenn es ein bisschen abkühlt, dann ist es auch erträglicher am PC zu sitzen. Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende. Eine schöne Zeit. Habt einen schönen Sommer für euch. Und wir hören und sehen uns dann zu neuen Videos. Habt viel Spaß mit denen. Und mir wünscht nur noch zu sagen. Anpfiff ab, wirft vor. Tschau liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschau. Tschau. Tschau ri. Tschau. Ahh. Vielen Dank.